DIN 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 Anna, die Schneiderin aus dem Tal der Windmühle, lebt zusammen mit den perfekten Maschinen. Die perfekten Maschinen machen alles perfekt und erfüllen jeden Wunsch. In einer Nacht trifft Anna auf den Vogelmann. Was machst du da? Ich warte auf meinen Panzer. Was machst du dann bei uns? Ich schraube dann dein Dorf aus. Da musst du erst an meiner Armee vorbei. Was für eine Armee? Eine Roboterarmee wird dich aufhalten. Haha, Roboter sind dumm. Ich habe einen Panzer, damit werde ich euch besiegen. Das glaube ich nicht. Ich habe das Gold. Das glaube ich doch, nur du. Hey, das ist meins. Lass das. Das vorne ist das. Untertitelung. BR 2018